Willkommen zurück zu Red Dead Redemption. Wir schauen mal, was sie noch so für uns parat hat. Ja, ja, ich muss hier erst mal aus und rum wieder laufen. Hey, have you needlessly risked your life since we last spoke? No, miss, I have not. Well, that's a relief. Perhaps there's hope for you yet. I wouldn't bet on it. Oh, there's always hope, Mr. Marston. You can't be a rancher in this kind of country if you don't believe that. An admirable attitude, miss. I suppose so. I can't think of any other way to stay sane, to be frank. What about you? Have you ever given up hope altogether? Hope hasn't really entered into it. It's not really something I'd think about. A peculiar outlook. I can't really say I understand you. I can't always say I do either. Oh, don't be so deliberately enigmatic. I'm not, miss. Yes, you are. You are being deliberately obscure as a substitute for having a personality. I just know there are two theories to arguing with women, and neither one works. I'm not even going to dignify that gibberish with a response. Here. I always enjoy a trip to Armadillo. It sure is a pleasant journey. It used to be such a nice town. Before that gang started helling around the place, causing all that trouble, shaking down the local merchants, kidnapping and worse. That's what I heard. It's a terrible shame if you ask me. And there's not a man with the gravel and his gizzard to stand up to them. What about the marshal? Well, he's doing what he can with what he's been given, I suppose. Oh, 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 oh. Ich weiß ja nicht, so weit abgeschlagen zu sein von einer Stadt, um Vorräte auffrischen zu können, so eine weite Fahrt immer und immer wieder, wäre, glaube ich, nichts für mich. Ich will justru隑. Okay. Und dann bitte kurz. Oh, 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 oh. Dann história aussreto Best Sieg. So this is Armadillo, Manhattan it is not, but it does okay for us. Okay. How can I help you? How are you, mister? I got stuck with them electric belts if you need to lose weight. If you have any nightfevers, come back and see me. Thank you. Kurz und schmerzlos. Medizin und andere Verbrauchsgüter werden in deiner Tasche aufbewahrt. Drücke Select, um deine Tasche zu öffnen. Okay. Well, thanks for driving me. It was nice to be able to enjoy the view for once. And a little company never hurts now and again. You're more than welcome, miss. Least I can do. Thank you for the medicine. Why don't you have a look around Armadillo? You can always take the stagecoach back to the ranch later. I might just do that. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Wenn du Armadillo verlassen möchtest, besteige einen der Postcoachen, die gewöhnlich hinter der Frachtstation be- und entladen werden. Okay, Ehre plus 50. Also können wir uns jetzt ein bisschen umgucken. Jetzt kannst du Immobilien kaufen oder mieten, die mit so einem blauen Haus hier markiert sind. Das ist schon so lange her, dass ich mal Poker gespielt habe. Ich möchte mich etwas umgucken. 50 Dollar kaufen. Ich habe kein Geld. Ich habe kein Geld, ich bin pleite. Du kannst jetzt an mehreren Orten Five Finger Filet spielen. Ah, ist das nicht... Ist das nicht das... Das... Ja, genau das mit dem Messer. Du musst doch dann... Du legst die Hand auf den Tisch und gehst mit dem Messer genau zwischen deinen Fingern immer durch und dann machst du das immer schneller. Oh Gott, ich habe das damals, als ich noch in der Schule war und dann auch später immer ab und zu mit einem Kumpel gemacht. Allerdings nicht mit einem Messer, sondern mit einem Kugelschreiber oder mit irgendeinem Stift oder mit einem gespitzten Bleistift. Ähm, ich habe es nicht sehr oft gemacht. Ich war sehr, sehr schlecht darin und es war jetzt... Auch Stifte können wehtun. Also es ging schon, ja, also... Aber ab einer gewissen Geschwindigkeit konnte ich es nicht mehr. Also da habe ich mich dann so oft selber mit dem... Mit den Gegenständen verletzt. Aber mit einem Messer habe ich es nie ausprobiert und möchte es auch nie ausprobieren. Ich mache das Beste, ich kann, Mister. Kein solches als ein freer Rett. Oh. Great. Das heißt, ich brauche Geld. Wie komme ich jetzt an Geld? Oh. Entschuldigung. Hey, hey. Du hast ein Visitor. Ich bin John Marston. Er wollte mich sprechen. Ich habe? Wahrscheinlich so. Warum? Ich denke, weil wir beide im Verhältnis der Verhältnisse sind. Ich bin von der Train-Kurse. Nein, ich bin von Fort Mercer. Fort Mercer? Ihr ist ein Williamson-Berens. Geh auf. Geh auf, schreit ihn, Herr. Schreit ihn. Geh auf. Du bist mit mir? Was ist hier passiert? Ich habe einen Williamson-Berens. Ich habe einen von den Idioten, die Marshalen einen falschen Namen. Schöner, schau dir die Schöner an. Du bist der Mann von Blackwater. Ja, Herr. Hör, dieser Schöner ist nicht zu schmerz. Aber er sieht leid. Schöner, weg von hier für einen Moment. Ja, Herr Johnson, Herr. Und du? Oh, ich habe nicht genug gesehen. Ich habe nicht genug gesehen, Herr von hier. Ich denke, es gibt ein paar Kinder in der Schule. Du kannst dich schmerzen. Oh, Hör, Hör. Was machst du hier, Herr Marston? Apart von schmerzen meine Abgeordneten. Ich bin hier, um zu holen oder zu töten, Bill Williamson. Okay. Kannst du mir helfen? Er ist außerhalb meiner jurisdiction. Er ist in der nächsten Stadt. Of course, Bill Williamson und seine Jungs tenden sich zu entfernen von meiner Stadt. Also, du bist glücklich, dass sie da sind? Ich bin glücklich, aber ich bin auch nicht zuerst. Mein Job ist zu halten diese Stadt, nicht zu schmerzen diese drei Stadt. Es ist schwer genug hier. Sie wissen, ich höre, Sie sprechen. Und plötzlich bin ich erinnern, wie viele Menschen, die ich die meisten in meinem Leben hatte, hat ein Problem mit der Autorität. Was ist passiert mit dir? Ja, ich bin sicher, dass Sie und Ihre gute Freunde haben Spaß gemacht, und ich bin sicher, dass Sie sich nicht mehr Zeit aufhören, aufhören. Ich bin für die Leute, die hier leben. Ich bin für die Leute, die hier leben. Die Welt hat Probleme, Mister. Und ich bin hier, was ich kann. Warum? Was ist passiert? Jetzt? Ich habe die Räulein, die Leute, die mir Geld verdienen, versuchen, mich zu schlussieren, zu den Settel-Denken-Burnden-Denken. Ich habe ein paar Kattel-Rustleren, die hier in der Stadt von der Stadtkirche. Ich habe die Räulein, die in der Stadtkirche, die in der Stadtkirche, und ich habe ein paar Hübschen in der Saloon, in der Städel, verletzten, die ganze Stadtkirche. Das ist alles heute. Es ist es, noch ein paar Tage, da werden noch mehr. Okay, ich will dir was. Wir gehen mit den Hübschen, in der Saloon. Dann, wir reden mit den Hübschen. Dann, wir reden mit den Hübschen. Okay, Mann. Du bist persistente, little Cush, nicht? Oh, wenn Dinge matter. Komm, dann, Marshall. Follow me. Okay, begleite Marshall Johnson zum Saloon. Oh, und darf ich das ein bisschen beschleunigen? Warum nicht? Man muss sich fit halten. Da ist ein Dumbrat-Bastard, jetzt. Let's follow him. Let's see what kind of hole he crawls into. Walton's the top's crew. Let's get after him. Ja, wenn mein... ...Hotter Hümer ankommt. Ah. Okay, let's go. Let's go. Hab ich schon grade gesagt. Muss man nicht nachreden. Ja, wenn mein... ...Hotter Hümer ankommt. Okay, let's go. Warum nicht? Wir haben ihn jetzt. Weil wir die Chance haben. Weil... ... das ist nicht so, wie die Wahl funktioniert. Ist das richtig, Marshall? Und alive, er kann immer noch sprechen. Es ist nicht so, dass er ein Mann mit dem Grunde ist. Ja. Aber ein paar Tage von meiner Hospitalität... ... und er wird mir sagen, was ich muss wissen. Walton's gang ist schnell geworden. Wie lange ist Geld für Geld? Chola Spring. Gap Tooth Bridge. These boys get around. Walton's the start, but there's plenty more where he came from. Come on. Let's go. Alright. Ich bin ja kein Freund von Gesetzen, aber... Looks like he's hold up at the old Pleasant town. Let's hold up a minute and find a spot for our horses. Du bist der Sheriff, du bist der Boss. So... ... Ow! Got him. Oh, no, sorry. Now I got him. Um aus einer niedrigen Deckung zu springen, bewege links in Richtung der Deckung, drücke dann er. All right. Okay. her was wollten wenn ich in denen die Beine schießt oder erledigen ich wusste ja nicht dass der so plötzlich auf der oberen ich wusste nicht dass er ja 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 Okay, jetzt kommt er raus. Okay, ich hätte warten müssen. Okay, jetzt kommt er raus.